der war einfacher immer noch mein highlight video draus machen wir schneiden die fünf fehlschüsse vorher weg und nur die beiden die getroffen haben komm hoch hoch wo ist er denn nach der unten es kann ja nicht wahr sein komm her die sterben alle an der gleichen stelle irgendwie